Von da hinten werde ich wohl kaum kommen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Da ist Eisen in der Wand, nehmen wir gleich mal mit. So. Jetzt bin ich gleich jeden Seitenweg nochmal durchgegangen, weil ich nichts mehr rausfinde, oder wie? So, wo bin ich jetzt? Sackgasse. Verflucht. Ich dreh durch. Wenn ich hier Stunden rum irre, ist es mir egal. So, jetzt mache ich mir mal den Weg frei. So. Wo geht es da lang? Will ich hier hin? Ich weiß es nicht. Nee, will ich nicht. Ah! Ich dreh durch. So verschlungen in der Wege. Ich grabe mich gleich straight hier hoch. Damit ihr das wisst. Spitzhacken habe ich genug. Da wäre aber ein Kompass auch cool, dass ich hier rausfinden würde. Ach komm ey! Das gibt es ja nicht mehr. Wo bin ich hoch? Jetzt bin ich hier wieder. Oh, Mann, oh. Ja, pfff. Jetzt seh ich hier noch ein paar Stunden rum. Ne? Wenn ihr nichts dagegen habt. Vielleicht finde ich ja doch mal irgendwann den Weg. Und nicht nur Sackgassen. Der sieht jetzt mal interessant aus, der Gang. Wie das ich hier schon mal war. Aber mehr schon wieder nicht. Aber ich habe hier ein Schafblöken gehört. Zeige mir den Weg. Ins Wasser. Schwimmen wir hinauf. So. Ja, Creeper. Du verziehst dich gleich mal. Du stehst mal ganz weit hinten an. So. Jetzt haben wir uns schon rausgebuddelt hier. Funktioniert doch auch. So. Und die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Das ist ja immer wieder schön. Wenn alles so am Schnürchen klappt. So. Ist schon weit reichend, die Höhle. So ist ja nicht. Ja. Ja. Ist nicht schlecht. Muss man zugeben. So. Jetzt nehmen wir da mal mit, was wir brauchen können. So. Ich könnte... Was nehme ich denn alles mit? Eisen nehme ich mit. Das Gold nehme ich mit. Das Ei lasse ich mal hier. Das Spinnenauge lasse ich da. Die Kohle nehme ich mit. Gravel kann hier bleiben. Die kommen mit. Das und das kommt mit. Federn. Nö. Rottenflash kann hier bleiben. Dafür nehme ich das Hähnchen mit. Gunpowder kann mit. Ach, Spinnenaugen. Scheiß drauf mit. Was lassen wir denn da noch? Da, 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 da. Ich sehe hier nichts. Ach, wieso nehme ich einen Gravel mit? Der braucht da mal gar nichts. Sicherheit. Jetzt haben wir mal die Schirs auch mitgenommen. Dass wir hier gleich... Falls wir noch auf Schafe treffen, die noch nicht nackig sind. Die nackig machen können. So. Ich hätte da gar keinen Platz mehr für Wolle. Scheiße. So, hier wieder über die sieben Berge. Aber nicht zu den sieben Zwergen. So. Ich laufe lieber mal mit Schwertchen in der Hand rum. Geronimo. Schafe, ich komme. Ich will euch an die Wolle. Oder an die Wäsche. Wie ihr auch wollt. So. Und Platsch. Wir sind Skelett gripiert. Immer schön. So. Na. Was werfen wir denn weg? Ich kann nichts wegwerfen. Ich bin messy. Scheiß auf die Spinnenaugen. Zack. Danke. 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 So. Mit den Schafen weiß ich sowieso nicht, was ich machen soll. Vielleicht bleiben die auch so. Vielleicht, dass sie nackig was anderes bekommen. Dass sie nicht ganz so nackig sind. Die armen Schäfchen. Müssen immer nackig sein. Zack. Zack. So. Die Wolle. Wolle Rose kaufen. Den habe ich jetzt ein paar Mal schon gebracht. Das ist... Ich finde es schon nicht mehr lustig. Ich fand eigentlich beim ersten Mal schon grausam. Wieso tue ich euch das nur an mit diesen grausamen Witzen? Ich weiß es nicht. Wir haben 36 Wolle. Will noch ein Schaf geschert werden? Ich hätte da noch... ein bisschen Platz. Ich sage schon wieder, sauber zu oft so. Sauber zu oft. Oh. Schweinchen. Nackte Schäfchen. 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 Danke. So. Will noch eins. Ach, da drüben. Sieht so aus, als ob... Da eins. Wer? Uhuhu. Gut, dass ich nicht ins Loch gefallen bin. Gut, dass du da standst. Oh, eine Höhle. Habe ich aber schön bemerkt. Schäfchen. Schäfchen mit Wolle. Ah. Hier hinten. Jetzt darf ich aber mal rumlaufen. Aufhören. Ich, dass ich gleich mal gar keinen Pfeil mehr habe, wo meine Wohnung ist. Wo mein schniekes Häuschen ist. So. Hier hoch. Bam. Wir sind auch schon nackt. Da ist eins. Dann kann man ja endlich mal den Wollboden fertig verlegen. So. Und da habe ich gerade etwas gesehen. Wenn ich hier lange laufen wäre, dann hätte ich schneller meine Zuckerrohrplantage fertig gehabt. So. Jetzt bringe ich mal das Zeug in Sicherheit. So. Kurz was gefressen. So. Und schon sind wir wieder volle. So. Fabelhaft. Fabelhaft. Türchen auf. Türchen zu. So. Machen wir hier gleich mal den Ofen voll. Eisenohren. Ach. Legen wir mal den kompletten Stack. Ding drauf. Kohle. Acht. Vollen Stack. Weg. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen aufräumen hier. So. So. Einmal Kohle kann weg. Zweimal sogar. Scheiß drauf. Dann. Knochen. Knochen. Stringshammer. Das Hühnchen lassen wir mal. Gunpowder. So. Wolle haben wir. Kobblestone haben wir jetzt auch ein paar Stacks wieder voll. Legen wir mal wieder in die Kobbelkiste. Können wir uns kabbeln. So. Jetzt mach ich mal hier schnell den Boden fertig. Und dann geht's wieder ab in den Keller. Den großen Kellerumbau bewerkstelligen. Hoppala. Ach egal. Mach ich dann weg. So. 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 Da haben wir noch 35. Vielleicht reicht's ja. Würde mich freuen. So. Bam, bam, bam. Dann haben wir mal einen wolligen Wollboden. So ein Flokadi. 20 Stück. Ja, es reicht. Na, komm. So. Haben wir hier mal das fertig. So. Hoppala. Nee, 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 nee. So unfähig heute schon wieder. Was ich das hier mach. So. So. Äh. Wartet mal kurz. Ich muss kurz was trinken. Ah. Ah. Nach eineinhalb Stunden muss man denn jetzt mal einen Schluck trinken. Ich hab halt wirklich eine große Aufnahme vor. Und deswegen mach ich hier Wolle rein. Nee, äh. Deswegen hab ich mir auch schon ein Glas trinken hingestellt. Dass ich auch mal die nächste Zeit ein bisschen Luft bekomme. Denn ich hab jetzt schon Weihnachtsurlaub und. Na gut. Wenn die Folge draußen ist, ist eh schon Weihnachten vorbei. Oder. Ja. Dürft. Dürft hingehen. Ja. Wie ich die Aufnahme gestartet hab. Sag mal so. Hatte ich schon Urlaub. So, jetzt haben wir hier eine Viererdecke. Dann mach ich hier alles aus Stein. Ja, dass die andere Decke nicht mehr durchguckt. Die Wände mach ich, glaub ich, aus den Dingen hier. Ja, die Kohle hätten wir. Also machen können wir's. Mhm. Meine Idee wächst und gedeiht. Es gefällt mir. Und er sah, dass es gut war. So. Dann nehm ich mir mal kurz den Cobblestone. Das bisschen, was ich noch hab. Verkleide mal die Decke. So. Ich werd aber höchstwahrscheinlich schon wieder stiller werden. Wie ich's ja immer in Bauphasen hab. So. Jetzt mach ich noch mehr Cobblestone. Cobblestone. Aber erst lege ich mich mal kurz profen. Damit mein Spawnpunkt wieder hier ist. Und ich nicht immer hin und her laufen muss. Kurz gestreckt vorm Läppetuppe. Und weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. So. Ich muss aufpassen, dass mir hier nicht die Festplatte voll läuft. Ja, uncool. Aber heute macht's Spaß. Heute hab ich meine helle Freude.